Apokalypse im Pasewalk Jetzt hier sieben Minuten rauszunehmen, ohne so ein bisschen Kontext, ist ein bisschen schwierig. Der Hauptprotagonist ist Konrad Falk, der ist ein ehemaliger Star-Moderator im Sportbereich, im Fernsehen, der durch seinen Alkoholkonsum so an die Grenzen seiner Karriere stößt und einen rapiden Absturz erlebt und nur durch das Wohlwollen seiner Ex-Frau vor dem totalen Ruin gerettet wird. Er arbeitet in einer Agentur, die Content herstellt. Eingepeitscht von einem Content-Manager, der auf künstlicher Intelligenz beruht, es ist das Jahr 2023, künstliche Intelligenz ist größer als wir es heute ahnen. Sie regiert den Journalismus. Er wird demütigend für ihn zur Berichterstattung über einen nicht stattfindenden Weltuntergang nach Pasewalk geschickt. Denn Pasewalk ist die einzige Stadt, die im Weltuntergang, der angekündigt wird, im Ende des aztekischen Kalenders eben nicht untergehen soll. Und die Allgemeinheit erwartet im Prinzip einen großen Ansturm von Weltuntergangsjüngern, die dort diesen Weltuntergang überleben wollen. Und er wird zur Berichterstattung hingeschickt. Welche Berichterstattung, fragt man? Er wird sich was einfallen lassen. Das muss ich weiterlegen. Adam! Da ist man was. Wo sind die verdammten Leichen? Wo sind die zwei Omas von der Lindenhöhe? Adam! Man konnte mal Pölkes Geschrei durch das ganze Haus vernehmen. Darin mischten sich Fassungslosigkeit, Angst und Wut. Und Konrad Fall unterbrach das Telefonat mit Britta Hochstieg, das er gerade begonnen hatte, das ist seine Ex-Frau, und lief mit der Treppe hinunter in den Keller. Sie waren bis auf Adam Dobryczynski allein im Haus. Konrad Fall hatte André Fischer tatsächlich in die Einkaufsstraße geschickt, aber unglücklicherweise hatte Frau Pölke angeboten, ihn mit dem Wagen hinzubringen, denn sie hatte den gleichen Weg zum St. Elisabeth Seniorenresidenz. Als Konrad Fall im Keller anlangte, stand Adam Dobryczynski unbeweglich in der Tür des Kühlraums und versperrte ihm mit seinem massigen Körper die Sicht. Drinnen tobte Pölke. Man muss verstehen, er wohnt in Paseweil bei einem Bestatter. Dieser Bestatter ist ein ehemaliger Skispringer, der genau einen guten Sprung in seinem Leben hatte. Über 200 Meter, fast Weltrekord, aber er hat in den Schnee gegriffen. Er behauptet das Gegenteil und laboriert seitdem an diesem Missgriff. Er hätte diesen Weltrekord haben können, aber hat sich von diesem Sturz nie wieder erholt. Er ist jetzt Bestatter in Paseweil. Alle Hotels sind ausgebucht und die einzige Chance dort zu übernachten während des Weltuntergangs ist eben bei diesem Bestatter Pölke, der eine schwierige Zeit hat, definitiv. Und jetzt eine noch schwierigere vor sich hat. Adam! Nein! Drinnen tobte Pölke. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Erst die zerstochenen Reifen, dann die nächtlichen Fehlalarme und jetzt klauen sie mir die Leichen aus der Kühlung. In was für einer Welt leben wir eigentlich, hä? Konrad Pfeil schob den schwerfälligen Adam Dobryczynski zur Seite und betrat den Kühlraum. Mark Pölke stand vor den geöffneten Leichenmulden, in denen am Tag zuvor noch zwei Tote gelegen hatten. Adam Dobryczynski trat jetzt ebenfalls näher und schob bedächtig eine der Baren, die aus der Kühlbox ragten, hin und her, so als teste er, wie die Diebe vorgegangen sein könnten. Wer haben die Verbrecher das Fleisch zerlassen? Na, durch das Kellerfenster im Heimkino, du Hörni. Hörni? Das heißt, bester Mitarbeiter. Durch die kleine Luke das Fleisch geschwenkt. Ja, Mensch, im Totenhemd halbnackte alte Weiber durch das Kellerfenster gequetscht. Wenn das rauskommt, scheiße! Die Fleisch gequetscht. Geschoben durch das Fenster da, mach die Augen auf. Kühlkammer? Ja, Herr, die Kühlkammern reden. In 2023? Also nochmal. Kühlkammer? Ja, Herr? Wo sind die scheiß Leichen hin? Ich habe keine Information zu diesem Sachverhalt. Fragen waren der Ofen geöffnet und Fleisch entnommen. Kühlkammer? Ja, Herr? Wann war die letzte Öffnung der Kühleinheit? Fünf Uhr und vierzehn Minuten. Und dann? Wer hat die zwei Omas rausgezerrt? Ich habe keine Informationen. Abschalten! Halt's Maul! Schalte ich ab! Ja, Herr. Konrad Feld bekam bei der Vorstellung an das Zerren runzliger toter Körper über den weißen Fliesenboden ein flaues Gefühl im Magen und schlug vor, die Polizei zu benachrichtigen. Aber das lehnte Mark Pölke mit einer von Panik in den Augen bekleideten Geste ab. Dann könne er gleich dicht machen, war sein durchaus nachvollziehbarer Beweggrund. Plötzlich drehte er sich um und stürmte an den beiden vorbei die Treppe hinauf, seine Bürotür knallte. Adam Dobryczynski zuckte mit den Schultern. Die ist harter Wettbewerb mit die Fleisch. Kruste weich, aber drunter hart. Sehr hart. Der Polischob, während er von explodierenden Herzschrittmachern bei der Einrecherung erzählte, die Metallbachen wieder zurück und schloss die Kühlfächer. Vor dem Hinausgehen betätigte er ein paar Schalte an der Kühlanlage und löschte das Licht. Mit Hand. Ich spreche nicht mit Ofen oder Licht. Dann begutachteten beide noch einmal das Kellerfenster im Heimkino. Es befand sich auf Straßenhöhe und war wirklich eng. Wenn es nicht wirklich zwei kleine Leichen gewesen waren, mussten die Täter rabiat vorgegangen sein. Aus dem Heimkino selbst schien nichts entwendet worden zu sein. Sie müssen das Fleisch wie eine Roulade gerollt, damit durch die Luke passt. Konrad Feil mochte sich das nicht vorstellen. Aber Adam Dobryczynski nutzte konsequent das Wort Fleisch für Leiche und verursachte ihm ein unwohles Gefühl. Er überlegte, dem Polen die richtige Vokabel zu nennen, nur damit dieser aufhörte, ständig von Fleisch zu sprechen. In Konrad Feils Fantasie löste das die Vorstellung von menschlichen Schmorbraten aus. Aber dann dachte er, dass Pölke diese Richtigstellung sicher schon längst vorgenommen hätte, wenn es nicht irgendeinen Grund gab, es nicht zu tun, also unterließ er es. Aber er musste raus aus dem Keller, so schnell es ging. Konrad Feil, mein Held, hat sich auch entschieden. Er hat sich entschieden, eine Berichterstattung auf den Weg zu bringen, über das Nichts zu berichten. In Pasewald, die Welt geht unter. Nein, sie geht nicht unter. Aber, wie er sagt, wenn Weltuntergang befohlen ist, findet Weltuntergang statt. Es gibt einen großen Moment, er wartet auf die ganzen Apokalyptiker, die sich in Pasewald versammeln sollen, um eben auf den einen Weg oder auf den anderen die Apokalypse zu überstehen. Und sie finden einen, einen einzigen. In der Ernst-Themann-Siedlung. Ja, hätte der Ernst-Themann das geahnt. Das wird wieder laut. Ach, Adam. Nee, diesmal ist es der Bluser. Der Bluser kommt und er stottert. Da ist einer, da ist einer von denen, schnell die Kasachen kommen schon, schnell, der gehört uns. Was ist los? Ich hab einen. Komm! Der stotternde Bluser, obviously, warf die Kippe aus dem Fenster, rannte an Konrad Fall vorbei und verschwand aus der Wohnung. Die Kamera über dem Kopf. Als Kofa ins Treppenhaus trat, um ihm zu folgen, wackelte das Geländer und unten knallte die Haustür. Petra Hoss hielt ihm am Ärmel fest. Das ist Ronny. Der ist aus der Siedlung. Der hat einen Schuss. Das musst du nicht ernst nehmen. Den muss man vor sich selbst schützen. Bitte. Petra Hoss sah Konrad Fall tief in die Augen, so als ob sie ihm ein falsches Sprechen abnehmen würde. Der nickte und ging pfeifend die Treppe hinunter. Er dachte nicht im Traum daran, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Der große König saß in Alufolie eingewickelt auf dem Kletterpilz eines verlassenen Kinderspielplatzes und versuchte mit Erdnüssen Eichhörnchen anzulocken. In der anderen Hand hielt der große König einen Kleiderbügel. Am Fuß des Kletterpilzes hatten sich inklusive Content Mafia 24, das ist der Laden, für den er arbeitet, drei Kamerateams eingefunden, die ihren autonomen Stativen zur Eile antrieben. Denn der große König hatte seinen neuen Hofstaat bedeutende Neuigkeiten zu vermelden. Nachdem er den Arm, der vom Halten der Erdnüsse schwer geworden war, heruntergenommen hatte, wandte sich er an sein Publikum. Er berichtete davon, wie er letzte Nacht aus seinem Bett entführt und von mehreren von ihm unbekannten, drei Meter großen Wesen, die sich selbst Anunnakia nannten, festgehalten worden waren. Sie hatten ihn am Kopf operiert. Und er könne, seitdem er heute Morgen das Bett verlassen hätte, mit den Tieren sprechen. Er zeigte tatsächlich eine runde, glattrasierte Stelle am Hinterkopf, auf die notdürftig ein Pflaster geklebt war. Der Bluse erklomm mutig drei Sprachen des Kletterpilzes, um die vermeintliche Operationswunde von nahem zu filmen. Der große König hielt sie ihm auch bereitwillig hin und fuhr dann in seiner theatralischen Rede fort. Die Anunnakia hätten ihm die Herrschaft über die Welt übertragen, deswegen sei sein Titel großer König. Er habe das nicht gewollt, aber so sei es nun einmal. Und für 20 Goldmark würde er dem erstaunten Journalisten ausführlich von der verborgenen Lichterstadt unter der Paseweiger St. Marienkirche erzählen. Und für weitere 20 Mark, wie man hineinkäme. Mark, 2023. Der Euro existiert nicht mehr, ihr lacht, aber es wird bitter werden. Die Goldmark ist die Währung, nicht wahr. Das kann man diskutieren. Also ich bin der Meinung, das könnte durchaus ein realistisches Zukunftsszenario sein. So, drinnen ist auf jeden Fall Vorsorge getroffen, mit Geld kommt man rein. Also, denn drinnen sei Vorsorge getroffen und ist sei bereit, alles zur Evakuierung des Planeten. Das sei eine durchaus relevante Information für die Welt und diese ihr Geld wert, wenn man bedenke, dass allenfalls alle sterben werden. Das ganze Buch dreht sich um das Nichts. Und es wird dabei nichts als tragisch rauskommen, denn er wird es nicht schaffen, eine Berichterstattung auf den Weg zu bringen. Das würde es voll waren. Ja. 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 Ja.